So, da sind wir wieder bei God of War Ascension. Ich habe momentan immer nach einer Stunde immer eine Pause gemacht und was anderes aufgenommen, um nicht zu sehr in einen Alltagstrott oder eine Monotonie zu verfallen, aber jetzt denke ich werden uns ein bisschen viel um God of War kümmern, da die anderen Let's Plays, die gerade auf meinem Kanal zu dem Zeitpunkt sind, so gut wie alle fertig aufgenommen sind, außer Disgaea vielleicht, aber egal, das ist jetzt nicht der springende Punkt, wir gehen hier weiter. Wir sind bei Hyperions Ketten, nur so als random Notiz, wir müssen uns immer noch wieder hoharbeiten aus dem Tartarus, aber wie ich sehe, bekomme ich gerade Besuch, also sagen wir dem Empfangskomitee doch mal ganz nett Hallo und ihr werdet mich nicht, ihr werdet mich nicht, au au, scheiße, ich wollte schon sagen, ihr werdet mich nicht mit, sagt mal, ihr werdet mich nicht mit euren Ketten die ganze Zeit angreifen oder mit euren Bögen. Ich habe dich geblockt, wieso habe ich, ich habe dich geblockt, wieso, wieso konntest du meine Kombo verunzen, obwohl ich dich geblockt habe, jetzt reicht's aber, patsch, 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 stop it. Ich hasse diese Bogenschützen, ey, willst du mich gerade verscheißern? So, next one please. Aha, 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 du hast keine Läpfe, gell? Okay, nachdem ich dich jetzt fertig gemacht habe, mag, da kommen ja immer noch welche, was soll denn der Quatsch? Au. Geh weg, geh sterben. Ich mag dich nicht. So, ziehen wir erstmal an den Hebeln und schauen wir, was passiert. Vermutlich wieder eine Ketten-Mechanik. Jetzt habe ich irgendwas angelockert. Und was passiert, wenn ich dich jetzt ziehe, lockere ich die nächste, oder? Okay, jetzt sieht's so aus, als ob ich sie nutzen soll, um da drüber zu laufen, gell? Das sieht auch nicht, hört sich auch nicht an wie ein Zeitlimit. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass diese Kette sich nicht wieder zurückzieht. Auch wenn's hier auch herumklimpert. Komm, ich weiter. Irgendwo soll ich hochklettern, oder? Ah, ja, hier ist die Wand. Ah, das Klärchen. Ah, und ich habe mir mit den Ketten tatsächlich den Überweg gemacht. War das? Okay, geht doch. Ich dachte schon, er will nicht drüber. Das ist manchmal ein bisschen komisch gelöst, wie er herumschwingt von dem Vertikalen zum Horizontalen. Aber egal, das haben wir auch erledigt. Yay, ein paar Ops wieder. Was sind wir denn dabei gerade eigentlich, um aufleveln, weil Zeus' Panzerhandschuhe? Der macht die Sotamneboilerei. Okay. Ziehen wir uns mal. Hier durch. Oh! Ich hab'n Zahn befreit. Auf die Knie! Wen hab' ich befreit? Der sieht aus, als ob es Atlas sein soll, oder? Wir werden es erfahren, ob er es ist. Dann werde ich auch dazu wieder natürlich von meinem mythologischen Wissen wieder euch beißen. Das ist nur die Frage, wie komme ich weiter? Da steht ein bisschen befreit, ja. Ach so! Der Adler... Äh, nicht Atlas. Okay, oder wenn's Atlas ist. Der hatte das hier blockiert. Katzin. Zeus selbst hatte die Titanen für tausend Jahre zu diesen Qualen verdammt. Ohne Hoffnung auf Entkommen. Nun waren die Ketten, die einst Atlas gefangen hielten, zerstört. Und Kratos' Gedanken kreisten um die eine Frage. Wer beschwert so ein Unheil herauf? Also tatsächlich Atlas? Okay. Okay, komm. Komm, komm. Du willst kämpfen, komm her. Atlas, ähm... Du bist ja zu verdammt, die Erde zu tragen, die Welt zu tragen. Scheiße. Medusa, er bezwang, ihren Kopf hier mitnehmen. Und Atlas hat ihm nicht geglaubt... Zieh dich. Komm, stoß mich runter. Was? Da ist Boden. Wie kann der mir in den Tod stürzen? Willst du mich gerade verscheißern spielen? Also. Um die Mythologie um Atlas zu erklären. Atlas hat Persas nicht geglaubt, dass er Medusa bezwungen hat. Aus diesem Grund... Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Einfach Dreieck smashen, dann fallen die alle runter. Hey! You can touch me, because I'm a ninja. Na komm. Ja, und er hat es ihm nicht geglaubt, also hat Persas den Kopf von Medusa mitgenommen und hat ihm Atlas gezeigt, weil der Kopf funktioniert ja auch noch im abgetrennten Zustand. Und dadurch ist Atlas versteinert und aus dieser Legende sagt man, sei das Atlas-Gebirge entstanden, was es ja in Realität auch gibt. Okay. Oh nein. Das ist so eine Lift-Passage. Die habe ich schon immer gehasst. In God of War. Da hinten ist wieder eine Kette, mit der ich interagieren muss. Oh Gott. Da kommt garantier ich, wo ist das? Das ist der Gegner. Komm, und jetzt wird die Kette langsam zurück, ne? Hey, auf! Du stresst. Ich will nicht runterfallen. Ich will nicht runterfallen. Ich will nicht runterfallen. Habien. Lasst mich! Ey, boah, ja, jetzt reicht's. Ne? Shit, man. Okay, das ist angekommen. Ah ja, dann darf ich da runterjumpen, einfach so, okay? Ich muss mich also zu der anderen Kette da durcharbeiten. Warum fange ich eigentlich immer in der Ziehposition an? Ich hasse das zu ziehen. Schieben ist viel besser. Komm, schieben. Oh Gott. Komm, diese Spezies wieder. Batch, 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 batch. Wieso hat das euch nichts ausgemacht? Guck mal hier, wieso? Darf der mich eigentlich aus der Kombi schlagen? Was ist denn das? Ist doch Quatsch. Wir machen hier weiter. Schieb ist gerade was. Das sieht aber jetzt bisher doch gut aus. Oh shit! Die nächsten. Nein, 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 nein. Auch. Lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock mit dir zu spielen. Geh sterben. Halt, du fährst nicht zurück. Du fährst weiter. So, Spielchen treiben wir schon mal gar nicht. Da muss ich jetzt nur gleich gucken, was ich mit der Kette anstelle. Erstmal muss ich mich hier wohl hocharbeiten, ne? Okay. Er läuft hier... Achso, da läuft ein... Da ist ein Fluss unterwegs. Da ist ein Fluss unterwegs. Ah ja, warte. Ich kann interagieren mit dem Ding. Achso, mit dem Pantanschuh. Es ist die Riesenfaust. Achso, ich hab mir eine Brücke gebaut. Bei Ascension hatte ich ja immerhin noch... Bei Ascension hatte ich ja immerhin noch dieses Amulett, gell? Oh, die epische Kamerafahrt wieder. Und garantiert schaffe ich es gleich, dass ich da runterfalle und krepiere. Das Ziel ist nah. Was? Nähern wir uns schon im Ende? Na gut, das soll ja auch nur ein kurzes Spiel sein. Wegen PSP, ne? Das hätte man länger machen können und mit mehr Challenge, wenn gerade die Seite selber hochklettern müssen. Ob ich noch mit Atlas interagiere? Also wenn hier nicht, ich weiß, in einem der späteren Got of War teile, aber... Ey, wir sind wieder im Hades! Oh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich bin mir sicher, jetzt gibt es gleich noch eine Revenga gegen Charon. Das war ja nichts, was der Bursche da gemacht hat, ey. Die mir hilft so einen auf die... Die mir hilft so einen auf die Zwölf. Diesen Schwein. Okay, sieht bisher doch ganz chillig aus hier. Hahaha, hier sind Truhen. Im Prinzip fehlt ja eigentlich auch nicht mehr viel an Items, ne? Was wir bekommen können. Warte mal, dass wir mal gucken. Wir haben nur noch eine einzige Waffe, die fehlt. Und ich habe eine schon komplett auf Maximum und zwei schon teilweise abgegradet. Also, so rein theoretisch von der Logik her dürften wir schon im letzten Drittel des Spiels ungefähr sein. Wenn nicht sogar schon ein bisschen weiter. Vielleicht im letzten Drittel sogar schon. Wir werden es sehen, ich bin gespannt. Es war mir von vornherein klar, dass es ein kurzes Spiel sein soll. Achso. Ich brauche den Handschuh. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott. Kann ich... Okay, ich kann nur mit den Klingen... Eure Schilder gab es mal. Jetzt reicht es aber mal. Was wollt ihr denn eigentlich alle von mir? Machen wir es mal ein bisschen mit Magic Moments. Ich komme hier mit Weihnachtsmelodie. Okay, wir sind zwar noch im Oktober, aber... Alter, verwalter. Irgendwann ist ja auch wieder Weihnachten, ne? Der Baum steht schon. Beim Nachbarn, ich muss ihn nur noch abhausen, ne? Hellen. Ach, so ein Scheiß. Hörte mal auf mich jetzt als zu... Ich muss erst mal eure Schilder bearbeiten. Okay. Du kriegst einen Finishing Move, weil du danach gefragt hast. Bursche. Komm, ab mit dem Kopf. Zack. Ach Mist. Jetzt habe ich den auch kaputt gemacht. So. Ich habe ja jetzt verstanden, dass ich mit dem Panzerhandschuhe diese Dinge ja interagieren kann. Das hier kennen wir ja. Ergo... Sind wir also bald... Bei Sharon, oder? Ich kann jetzt auch hier lang gehen. Aber das bringt mir, glaube ich, gar nichts, ne? Ja, hier sind wir hergekommen. Kann ich das kaputt machen? Nein. Also hier sind wir hergekommen und da draußen, da draußen ging es zu Sharon. Das heißt also, ich darf jetzt mich rächen an diesem Babsack. Sein Schifflager ist immer noch da. Ich bediene jetzt keine Kette mehr. Ich mache dein Schloss so kaputt. Obwohl... Damit er weiß... Der wütende Spartaner kommt. Das heißt, Bosskampfzeit gegen Sharon jetzt. Ich habe jetzt ein paar mehr Moves dabei. Ein paar neue Zaubertricks. Ich muss nur wegen seiner Sichel aufpassen. Fuck. Ich vergesse immer, dass sie... So machen wir R-Spiel. Batsch, 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 batsch. Ich weiß nur, dass ich dieses Mal aufpassen muss, wenn der... Vielleicht kann ich ja die Säulen da kaputt machen, wo der sich regeneriert. Au, hermove! Mittels des Panzerhandschusses. Sollen wir gleich experimentieren? Oh, hast du genug? Hehe. Mich triffst du nicht, Pursche. Au, au, au. Okay, noch einmal da. Und dann, denke ich, wird er gleich wieder hochspringen. Hier, das ist nochmal für dich, Sharon. Dafür, dass du mich in den Tartarus geschmissen hast. Hehe. Okay, ich wusste es, dass es jetzt kommt. Ich wusste es auch, weil die Säulen da auch kaputt machen können, oder? Haha! Wenn ich die zerstöre, kann er sich nicht dauerhaft regenerieren. Au, au! Au! Au, was ist denn das? Stop it! Ich muss ihn jetzt also erstmal nur weiter bearbeiten. Oh, fuck! Ich muss nur dabei aufpassen. Wieso kann ich diese... Alter! Diese Attacke ist ja mal übel von ihm. Aber ich habe sein Attackmuster. Nein! Nur bei dem hier noch nicht. Das habe ich noch nicht raus. Okay, das kann ich nicht blocken. Das kann ich definitiv nicht blocken. Okay. Okay, aber jetzt... Nein! 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 Du Hund! Ich wusste... Ich wusste halt nicht, was ich da machen muss, wenn der mir das da hinspuckt. Aha! Jetzt sind aber alle Säulen wieder da, ne? Lass mich doch mal gucken. Erstmal, okay. Vielleicht sollte ich meine Magie-Energie ein bisschen besser einteilen. Toll. Ich sagte, ich will sie einteilen und dann verblendere ich's. Naja, egal. Komm her! Ich mach dich fertig. Zack! Zack! So geht es eigentlich, wenn ich bock... Halt! Ich will nur die Zauberangriffe verwenden, während er seinen Magic-Trick macht. Ich muss ja wegen dieser komischen Spuk-Attacke, wo er dieses grüne Feuer macht... Meine Energie besser einteilen. Wo ist er? Ne. Geht nicht. Geht nicht, dass ich sie blocken kann. Okay. Danzt du mit mir? Dann tanze ich auch mit dir. Oho, das war gerade so... ...geflockt. Schade, dass ich nicht mehr zerstören kann. Oho, fuck. Ich hab das schon wieder missachtet. Jetzt spamme ich erstmal Magie. Damit ich ihn irgendwie erstmal klein kriege. Okay. Kugeln! Ah, nein! Der ist schon wieder... Ey, ich hasse diese Attacke. Die zieht so viel Damage. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Jetzt ist wieder der hochgezogen. Nächste Säule kaputt. Was machst du? Teleport. Oh! Eine Druckwelle. Ah, nein! Was mach ich denn? What the fuck, ey? Ah, ich steck fest. Das wäre meine Chance gewesen, anzugreifen. Das wäre meine Chance gewesen, anzugreifen. Batsch, 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 batsch. Oh Gott, der hat schon wieder ab hier. Also wenn er jetzt nur die Druckwellen macht... Ah, fuck! Hätte ich eigentlich eine Chance, aus der Luft anzugreifen. Aber nicht, wenn ich mich so dappich anstelle. Eher wenn ich so mache. Ich befürchte, ich sterbe nochmal. Ich könnte ein bisschen Glück haben. Kugeln! Weich aus! Gott, das wird jetzt so knapp. Okay. Komm schon. Du willst doch nochmal eine Phase beenden. Ja! Ein bisschen Energie. Schnell, 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 Panzer an Schuh. Ich darf nicht... ...zulassen, dass du dich so viel heilst. Alter! Das hat mir aber auch einen geilen Boost gegeben. Oh! Schon ein Finish-Move? Tja! Geschieht dir recht, was? Bäm! War es das? Entweder habe ich ihn jetzt besiegt oder das Spiel geglitscht. Ne, er ist noch nicht besiegt. Das war mir so klar. Ich meine, er ist ja noch Energie. Na dann! Das finale Aufgebot. Oh, komm schon ey. Machst du jetzt hier Freezer nach. Was ist das denn? Wie soll ich dich denn erwischen da oben? Ah! Aber man kann die Dinger zwar nicht abwehren, aber man kann sie zurückschleidern. Na dann. Machen wir das nochmal, Kramp. Hier. Jetzt aber! Finish him! Gute Nacht. Das hast du davon, dass du mich in den Tadarus geschmissen hast, Bursche. Hallo, ich bin Hitchigo. Schau mal, die Platte ist locker. Die nehmen wir raus. Alter Verwalter, wie ich wieder umgegangen bin. Gute Reise. Ja, das trifft.